Hi, in dieser kurzen Session beschäftigen wir uns damit, in welcher Form man als Mixing-Ingenieur Mischungen übrigerweise an ein Mastering-Studio anliefert. In welcher Form liefert man Mischungen an das Mastering-Studio? An sich sollte man immer mit dem Mastering-Studio, mit dem man zusammenarbeitet, abstimmen, in welcher Form die Mischungen genau angeliefert werden sollen. Hier aber ein paar grundsätzliche Regeln. Üblicherweise wird nur die Summe abgegeben. In manchen Fällen bekommt das Mastering-Studio aber auch sogenannte Stamps. Stamps sind Subgruppen. Durch die Anlieferung von Stamps hat das Mastering-Studio mehr Eingriffsmöglichkeiten und kann meist eine höhere Qualität erzielen. Die Stamps müssen Sample-genau gebounced werden, sodass man sie einfach in einer Session anlegen kann und alles sofort synchron ist. Die Summe der Stamps muss mit den Fadern auf 0 dB die Endmischung ergeben. Jede Spur soll in genau einem Stem enthalten sein. Wenn man nur die Summe abgibt, so sollte die Mischung keine Summenbearbeitungen aufweisen, weder Kompressoren noch Equalizer noch Limiter. Alles, was in der Mischung bereits an der Summe gemacht wurde, erschwert das Mastern und schränkt den Mastering-Ingenieur ein. Wenn die Summe bereits bearbeitet ist, sollte die Bearbeitung möglichst dezent sein. Ganz allgemein sollte man die Dateien, die man abgibt, nicht normalisieren. Sie sollten den Pegel haben, mit dem sie aus der Mixing-DAW ausgegeben werden. Die Dateien sollten die höchste verfügbare Auflösung haben. Das bedeutet, die Abgabe auf CDDA ist nie gut, denn hier sind nur 16 Bit und 44,1 Kilohertz möglich. Außerdem hat eine CDDA eine relativ schlechte Fehlerkorrektur. Besser, man gibt die Dateien auf CD-ROM oder auf einem anderen Datenträger ab. Wenn man sich bei der Mischung nicht ganz sicher ist, kann man unterschiedliche Versionen abgeben. Typischerweise werden Versionen mit lauterer und leiserer Stimme abgegeben oder mit mehr oder weniger Bass. Wenn in den Mischungen irgendwo Fehler bekannt sind oder wenn es irgendwelche Bemerkungen oder Wünsche zu einem Song gibt, sollte man diese dokumentieren und als Textdokument beilegen. Die Songs müssen nicht sauber abgeschnitten oder ein- bzw. ausgeblendet sein. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.